Ehepaar begegnet Gorilla im Dschungel. Du wirst nicht glauben, was der Gorilla mit seiner Frau gemacht hat. Ein abenteuerlustiges Ehepaar, Lena und Tom, entschied sich, eine unvergessliche Reise in den dichten Dschungel zu unternehmen. Die Sonne stand hoch am Himmel, als sie sich tief in den Urwald wagten, ihre Rucksäcke mit Wasserflaschen und Kameras gefüllt, bereit, die Schönheit und das Geheimnis der Natur zu erkunden. Die Geräusche des Dschungels, das Zwitschern der Vögel, das Rascheln der Blätter und das entfernte Brüllen unbekannter Tiere umgaben sie, während sie sich tiefer in die Wildnis begaben. Ihre Schritte wurden langsamer, als sie eine Lichtung erreichten, die von riesigen Bäumen und dichter Vegetation umgeben war. In diesem Moment hörten sie ein leises Rascheln, das aus dem Dickicht kam. Plötzlich, wie aus dem Nichts, trat ein riesiger, prächtiger Gorilla aus den Büschen hervor. Seine mächtige Gestalt war beeindruckend und furchteinflößend zugleich. Lena und Tom erstarrten vor Schreck, ihre Herzen schlugen wild. Der Gorilla stand nur wenige Meter entfernt, seine dunklen Augen fixierten das Paar, doch es war Lena, die seine Aufmerksamkeit erregte. Langsam, fast wie in Zeitlupe, näherte sich der Gorilla Lena. Sie konnte den Atem in ihrer Kehle spüren, jede Faser ihres Körpers war angespannt. Tom, unfähig zu reagieren, griff nach seinem Handy und begann, das unglaubliche Ereignis zu filmen. Der Gorilla kam näher, seine massigen Hände hoben sich und mit einer unerwarteten Sanftheit begann er, Lenas Arm zu streicheln. Sein tiefer, kehliger Knurren erfüllte die Luft, aber es war kein bedrohliches Geräusch. Es war, als würde er eine Verbindung zu Lena suchen, eine stille Kommunikation, die nur sie beide verstanden. Lena, überwältigt von diesem Moment, stand still, ihre Augen weit aufgerissen, während Tränen über ihre Wangen rollten. Tom hielt den Atem an, seine Hände zitterten, als er weiterfilmte. Die Angst um seine Frau mischte sich mit einem tiefen Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht. Der Gorilla, dieses mächtige Geschöpf, das für seine Stärke und Unberechenbarkeit bekannt war, zeigte eine Zärtlichkeit, die niemand erwartet hätte. Nach einer gefühlten Ewigkeit ließ der Gorilla schließlich Lenas Arm los und trat langsam zurück. Er warf einen letzten Blick auf sie, fast so, als würde er sich verabschieden, und verschwand dann wieder im Dickicht des Dschungels, so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Lena und Tom standen noch lange Zeit regungslos, unfähig, die Ereignisse zu verarbeiten, die sich gerade vor ihren Augen abgespielt hatten. Das Video, das Tom aufgenommen hatte, war ein Zeugnis dieses außergewöhnlichen Moments. Ein Moment, der ihnen zeigte, wie tief die Verbindung zwischen Mensch und Natur sein kann, wie unerwartet das Schöne und das Unvorstellbare manchmal Hand in Hand gehen. Als sie schließlich den Weg zurück aus dem Dschungel fanden, sprachen sie kaum ein Wort. Doch in ihren Herzen wussten sie, dass dieser Tag, diese Begegnung mit dem Gorilla, für immer in ihrer Erinnerung eingebrannt bleiben würde. Ein Moment der Schönheit, der Angst und des Wunders, den sie nie vergessen würden. Ein Moment der Schönheit, der sie nicht vergessen würden. Untertitelung des ZDF, 2020